Hallo und herzlich willkommen zu FabCast, dem Flaschenblatt-Podcast. Wir sind es wieder für euch, Benni und André. Moin, Leute. Moin, moin. Ja, wir gehen heute in dieser Folge der, ja, so einer kleinen Hypothese nach. Also ich habe mir gedacht, also als ich die Ergebnisse vom Battle Hunt Philly angeguckt habe und auch von der PTI, habe ich mir gedacht, hm, irgendwie ist das doch nicht das breite Meter, was wir vor fünf oder vier Folgen erzählt haben, was das ist. Und ja, da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen ein paar Sachen angucken und mit euch ein bisschen durchgehen, was gespielt wird. Und was gerade so in der Meta zugange ist. Also mit der Meta meinst du, was ich quasi durchsetze in den Top 8. Ganz genau. Also dein Blick ist jetzt auf die Top 8. Ich würde sagen, dann fangen wir da auch, glaube ich, direkt mal mit an, was in den Top 8 ist oder was. Also du siehst jetzt hier bei Battle Hunt halt, haben wir eine Usuri zweimal. Genau. Drei Dromais. Ich bin echt froh, wenn die weg ist. Sind wir schon bei fünf Heroes. Und Kano, der häufig jetzt immer in den Top 8 ist. Ja. Kasai und ein Reiner. Ja, genau. Das sind vier verschiedene Heroes, richtig? Genau, ja. Und dann haben wir hier beim Top 8 PTI wieder Kano, Kano, Kayo, Reiner, Azalea, Dromal, Dromal, Kasai. Es sind fünf verschiedene. Oh mein Gott, wir können nicht zählen. Usuri, Kano, Kasai, Dromai, Reiner. Fünf. Ja. Ich meine, gut, so ein paar Exoten hat man immer, weil es kristallisiert sich ja aus. Was für eine Usuri bei den Top 8 PTI? Ach, das ist, nee, das ist Battle Hunt, meinte ich. Ja, und Top 8 PTI? Top 8 PTI ist Kano, Kayo, Reiner, Azalea, Dromai, Kasai. Das sind sechs. Ja, das habe ich doch gesagt. Ach so, okay, ich dachte immer, das ... Na gut, alles klar. Nein, also, Top 8 Battle Hunt, meine Güte. Gleich haben wir es. Es sind eben fünf verschiedene Heroes und vom PTI in Philadelphia sind es eben sechs. Parallel läuft gerade das Battle Hunt Kiel, wo wir ja auch Werbung für gemacht haben. Genau. Wer da jetzt gerade Top 8 sind, wissen wir aktuell noch nicht. Wir wissen auf jeden Fall, dass ein Dromai dabei ist. Und eine Dori. Oder? Ja. Genau. Also, ich habe den Stream parallel laufen im Top 8. Es spielen gerade hier eine Dromai und eine Dori. Und ich weiß noch von mindestens einer weiteren Dori, die in den Top 8 ist. Mhm. Okay. Ja. Dann gehe ich auch davon noch. Ja, ist gut. Ich wollte nur sagen, also, ich hatte mir dann so die Frage gestellt, boah, ist das jetzt tatsächlich so eine diverse und riesengroße Meta, wie wir das vor ein paar Folgen genannt haben? Ich habe halt immer nur Dromai und Kano gesehen. So, das ist so quasi der Stempel, der mir aufgedrückt wurde. Also, rein von der Optik her. Mhm. Wenn man sich die Anmeldung aber anschaut, da sehen wir, dass zum Beispiel von der Anmeldung her, dass es immer noch ziemlich zuerst ist. Ja, also, genau. Also, wenn wir jetzt beim Battle Hardened, wie viele waren es? Battle and Philly war 162 Spieler, wir haben 20 KO, 16 Dromai, 12 Kassai, 10 Levia, 10 Reiner, 9 Dash, 9 Kano, 9 Victor. Also, Azalea, Bravo, Prism, 7 noch, Usuri, 6, Vincent, 6, was ich lustig finde, dass 6 Vincent da sind. Mhm. Genau, und dann geht es halt ein bisschen abwärts. Aber, ähm. Eigentlich fast alles vertreten, bis auf, äh, Betsy. Genau, Betsy 0. Und noch irgendwelche anderen, 5. Genau, klar. Ähm, ja. Also, die Anmeldung, also, ich finde es auf jeden Fall ziemlich präsent. Also, du hast immer noch... Das stimmt, aber, ja. Du hast immer, auf jeden Fall, du hast immer Guardian, du hast immer Warrior, du hast immer Brood, du hast immer Illusionist. Ja, auf jeden Fall. So, aber, du musst auch mit den Assassins rechnen, ganz klar, und mit Kano. Und mit Dash. Das ist ja schon... Auf jeden Fall. Also, wenn man sich Battle Hunt Kiel anguckt, wir haben da ja keine, ähm, was ist die Anmeldung davon? Wir haben da leider keine absoluten Zahlen. Wir haben da nur... Äh, 140 Spieler ungefähr. Ach, 140, okay. Das ist super. Hat der Stadt nur Info gekriegt. Ja, sehr gut. Klingt so, als wärst du ein Geheimagent, so, äh, ich hab gerade, äh, von einer anonymen Quelle, äh, gehört. Er muss auch so sein. Alles, alles geheim. Ja. Wir sind alles super Geheimagenten. Ähm, genau, bei, ähm, in Kiel haben wir, ähm, quasi mit 13% Victor. Wir haben Kaio mit 13%, wir haben Kasai 10%, Dromai und Torincia jeweils 8,9%. Und dann purzelt's halt runter, ne? Genau. Das ist halt auch schon wieder krass, finde ich. Ja. Also, was ist denn in total, was ist denn da noch alles bei? Also, Kano's deutlich weniger, also 4%. Voll, hab mich voll gewundert, muss ich sagen. Sind wahrscheinlich so um die 4, 5 Stück, wobei doch, das passt so in etwa in die Menge auch wie bei dem, in Philly rein, weil in Philly waren's neun, nee, da sind's deutlich, da sind's schon mehr, neun bei 162, sind schon mehr, mhm. Auf jeden Fall. Ja, also auf jeden Fall. Aber für in Deutschland trauen uns nicht so. Ja, also ich muss sagen, ich hab Kano auch noch nicht verstanden. Also, und Kano hat mich auch noch nicht verstanden. Aber krass, wie wenig Bravo es ist, dass alle, äh, also bei uns auf Victor sind, deutlich mehr. So wenig Usuris auch. Auch, das hat mich auch, also ich mein, aber mich hat Usuri eigentlich überrascht in Philly. War das bei dir genauso, oder, ähm, was hast du bei dir gedacht? Ja, kommen wir gleich ja auch noch zu, genau. Äh, aber jetzt bei den Anmeldungen, 2,4% in Kiel als Usuris. Und, ähm, wie viele waren's jetzt da? In Philly, äh, Philadelphia waren's 6, also auch doch ziemlich wenig. Also ich muss sagen, ich hatte in dieser Meta Usuri gar nicht auf dem Schirm. Ich weiß, dass man zwar mit dem Assassin klarkommen muss, aber den hatte ich jetzt, also die hatte ich jetzt zum Beispiel fast, also wenig auf dem Schirm. Ja, also ich denke auch, dass das, ähm, Dromai-Matchup eigentlich ziemlich ätzend sein muss, oder? Also nehm ich mal an. Boah, das kann gut sein, ja. Also generell, ja klar, Assassin gegen Dromai ist halt schon echt ekelhaft. Ja, also ich finde... Also zumindest aus der Sicht von Arachni. Mhm. So, ja, wir haben uns, also ich hab mir alle Spiele angeguckt, der André hat auch reingeguckt. Ja, genau. Ähm, also von dem, von dem Stream von Battle Hunt, ähm, jetzt, äh, heute hab ich auch ein bisschen, äh, parallel bei Kiel zugeguckt. Äh, da ist, glaub ich, aber leider keine Aufnahme am Laufen, das heißt, das kann man sich nur live angucken, ist es das gewesen. Ähm, aber immerhin Stream, danke dafür schon mal an das Team. Aber, ähm, ist natürlich eine fette Coverage gemacht worden in Philly, äh, von den Altbekannten dort. Und, äh, da hab ich mir alles mal so ein bisschen reingezogen und auch mal ein bisschen analysiert, so. Stimmt, du hast ja auch sogar noch, also, wir haben so so ein Workspace, äh, für alle, die mal ein bisschen Fabcast hinter den Kulissen, äh, äh, erfahren wollen. Wir haben so ein Workspace und, äh, ich schreib immer nur so rein, okay, oder irgendwelche Links für, für unsere Aufnahme, so ein Zoom-Links, wir nehmen ja über Zoom auf. Und der Benni, der hat sich da einen abgemacht, abmalocht, ne, also wirklich Runde 1, Runde 2, Match-Ups, dann irgendwie drei, vier Eindrücke mit irgendwie Stichpunkten. Und als ich mir das durchgelesen hab, hab ich mir gedacht, hm, ich bin irgendwie nicht so ein guter Fabcast, in Anführungszeichen, Mitarbeiter. Genau, also, wir stellen jetzt auch ein, gute Mitarbeiter. Vorheir, genau. Ähm, nein, also, ja, ich hab mir, waren halt manchmal ein paar markante Punkte. Ähm. Ein, ein, also, Runde 1, muss ich sagen, Runde 1, das spielt halt, äh, kann halt jeder auch irgendwie auf einen, auf einen Streaming, äh, Sitz kommen und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob die Spieler so bekannt waren. Fakt ist, Runde 1, ähm, war Riptide gegen Kayo. Äh, Kayo hat das Spiel letztendlich gewonnen. Aber, ich sag mal so, hätte, wäre beinahe in die Hose gegangen, durch Fatigue, beziehungsweise kaum noch Karten. Also, im Prinzip hat er ja so gut wie nichts mehr. Ähm, und er hat mehrere Turns in Reckless Swing im Arsenal. So, und Riptide hat den Dreadball gespielt. Und er hat sich den nicht einmal durchgelesen und er hat echt nicht gepeilt, dass er den Reckless Swing einfach aus dem Arsenal spielen kann. Und er darfst einfach bei Dreadball keine Defense Reactions aus der Hand spielen, das alles. Mhm. So, und er hätte ihn mindestens zweimal vorher schon spielen können aus dem Arsenal und das Spiel damit beenden können. Ich meine, zweimal hat es nicht getan. Ja, schwierig. Also, so ein bisschen, wenn man sich, also ganz ehrlich, wenn ich gegen jemanden spiele, wo ich die Karten nicht kenne, weil er ja so selten gespielt wird, wo er die Equipments nicht kenne, dann lese ich sie mir einfach durch. Ja, absolut. Ja, keine Schande, ne? Ne, finde ich auch. Also, das muss einem auch nicht peinlich sein, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt auch mittlerweile, also gerade in diesem breiten, also in dieser breiteren Anmeldung, in diesem breiteren Meter, jetzt halt echt einfach nur mega viele Helden und Heldinnen, wo man einfach die Karten nicht kennt. Also, zum Beispiel, als ich das erste Mal auf so einem Viseraid-Deck, auf so einem Midrange-Viseraid-Deck getroffen bin, habe ich mir auch gedacht, keine Ahnung, was das alles macht. Mhm. Muss ich nur durchlesen, ne? Viseraid wirst du momentan nicht so sehen. Guck mal, ein, also in der Regel Viseraid und Vincent eher nein. Sag ich mal so. Das stimmt. Könnten wir vielleicht gleich auch nochmal drüber brainstormen, warum das so ist. Äh, auch gerade mal, ja, 2,4% Anmeldung, Vincent, hier in Kiel. Und, äh, in Philly waren es halt 6 bei 162. Naja, äh, ein Viseraid. Ähm, Runde 2. Also, ich würde gerne einmal die Matches so durchgehen. Runde 2, ähm, war Kano gegen, ähm, Reiner. Der Kano-Spieler war nachher auch in den Top 8. Entsprechend hat Kano hier gewonnen. Man muss aber dazu sagen, dass Reiner tatsächlich auch im Early Game, äh, relativ häufig drei rote Karten in der Hand hatte, was ziemlich schlecht ist. Musste halt, mehrfach hat er rot weggepitcht. Ähm, ja. Und Kano hat immer schön reinchippen können. Ähm, was eine interessante und gute Wahl meiner Meinung nach ist, auf der Reiner-Seite ein Arc Smash gegen die ganzen Potions zu sideboarden. Ja. Äh, auf jeden Fall, klar. Ähm, äh, welche Potions spielt denn Kano für die ganzen HörerInnen? Achso, ja, E-Pots. Also, Energy Potion, um einfach Ressourcen zu produzieren, äh, für den fetten Combo-Turn. Und Potion of Déjà-Vu, die auch relativ häufig wichtig ist, ähm, um sich halt, ja, ein Pitch-Stack wieder quasi, äh, passend aufs Deck zu legen. Ähm, um dann halt, ähm, runter zu Kano'n und zu Combo'n. Ja. Da hilft die halt auch. Für die Kano-Fähigkeit quasi, ne? Ja, genau. Ja. Ist das eine der, äh, Karten? Äh, meine Hunde bellen. Äh, ich hoffe, man hört's nicht. Äh, ist das, ist das eins der, also sind das die, die Potions, die du auch 20 Mal in Cold Foil hast? Äh, nicht 20 Mal, äh, ja, ein paar Mal. Ich hab ein paar Potions gesammelt. Ja, warum nicht? Äh, lass mir nie lügen. Ich glaube, ich habe von Everfest, von jeder Potion und jedem Talisman fünf im Moment. Ja, moin. Stark. Könnten auch sechs sein. Weiß ich nicht genau. Ja, geil. Ja. Kann auch sein, dass ich lüge und es sind vier. Aber ich hab, glaube ich, nochmal erhöht. Also, wenn du den Benni irgendwann mal, äh, trefft, der mit, der hat bestimmt Glitzer-Glitzer-Bling-Bling-Kano. Mhm. Äh, Potions. Ich warte immer nur auf den Merchant, äh, der alle Potions benutzt oder so. Oder wäre geil. Ja, der ist so ein Alchemist, der Potions schmeißt oder sowas. Äh, ist einfach, Sammlerwahn und ein bisschen Spekulation an der Stelle. Ja. Die haben ja nicht so viel gekostet. Ja, ja. Äh, so. Gut, machen wir weiter. Jetzt hast du, genau. Runde zwei, äh, gab's noch ein Backup, weil, äh, die Runde so schnell zu Ende war von Kano und Reiner. Äh, Teklofossen gegen Kasai. Teklofossen hat gewonnen. Also, so ein typisches Teklofossen, äh, Deck, so wie man sie kennt. Nichts Besonderes. Äh, muss man auch dazu sagen. Auch hier wichtig, die Leute, dass die, ist ein spezielles Deck, aber zum Beispiel, wenn man den Makropotent spielt, sollte man wissen, dass er sich selbst kein Go-Again gibt, sondern nur den Attacks. Also einmal wurde das falschrum gespielt. Ja, okay. Äh, da hat der, ähm, Teklofossen angefangen mit dem, äh, Makropotent, ähm, löst auch ein, äh, Discard ja eben aus. Und das ist natürlich deutlich besser, wenn du das vorneweg machst und danach erst Attack machst. Also, finde ich jedenfalls. Ähm, und, ähm, beziehungsweise, ja, ist schwierig, ne? Äh, äh, ist einfach eine andere Ausgangssituation, muss man einfach sagen. Also, ob's jetzt besser ist, sei mal dahingestellt, äh, weil du hast dann halt zum Blocken der Attack, die danach noch kommt, äh, dann halt eine Handkarte weniger, die random eben discarded wurde, ne? Also, also, äh, random, ne? Ich glaub, die kann er frei wählen. Egal. Mhm. Auf jeden Fall. Und, äh, auch wichtig, äh, auch ein fettes Misplay on Stream, äh, hat vier Karten aufgezogen statt drei. Mit der, äh, Makropotent. Äh, GameState wurde aber zurückgedreht, also da hat das Streaming-Team schnell drauf reagiert. Oder der Judge hat's selber gemerkt, weiß ich nicht, ob die jetzt umgegangen sind. Äh, aber da hab ich schon gedacht, so, hm, äh, erste Runde haben wir hier den, den, äh, Kaio, der den Rackless-Swing nicht gegen den Dreadwars spielt. Und dann Teklofossen, äh, mit dem Makropotent, der, äh, sich selbst Go-Gang gibt und nicht nur den Attacks. Und vier Karten zieht statt drei. Ja, aber kann da auch häufig daran liegen, ähm, solche Mis... Also mir passieren solche Sachen zum Beispiel relativ häufig, so dumme Misplays oder Karten nicht richtig gelesen, so bei Pre-Release-Event und sowas. Das weiß ich noch. Äh, Dash-Iho hab ich, äh, Pre-Release die ersten zwei Spiele komplett falsch gespielt. Ja, stark. Aber wie war's so mit Islander, äh, bei, bei... Ich hab einfach, ich hab einfach alle Items als Instinct gespielt. Macht ja auch Sinn, ne? Ist ja auch viel stärker. Und sonst hat sich keiner beschwert. So. Naja. Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, also, boah, deswegen ist so meine Horrorvorstellung, uns Stream zu spielen, weil ich, boah, ich weiß zu 100 Prozent... Ich weiß ja, unsere Spiele, unsere aufgezeichneten Spiele, ja, also, Leute, ihr wisst, schon wieder Hashtag Fabcast hinter den Kulissen, ihr wisst gar nicht, wie oft wir sagen, ne, die Aufnahme ist scheiße, lassen wir, schmeißen wir weg, weil der andere wieder irgendwie einen blöden Fehler gemacht hat. Ja, gut, letztens hab ich mein ganz... Also, wir spielen ja, dann nehmen wir ja auf über, hier, wie heißt das, ne, Dingsi Bumsi? TTS, ja. Äh, Tabletop Simulator, wo du dann alles selber steuern musst und so und nicht über Talischer. Genau. Und, äh, wenn du dann da gerade wieder, wir haben jetzt lange nichts gemacht und dann hatten wir jetzt ein paar Aufnahmen oder eine Mal jetzt versucht, äh, und haben dann, ähm, hast du die Shortcuts alle nicht mehr so drauf, äh, so, ne, und wie die Bedienung so ist. Entschuldigt, ne, aber ich hab irgendwie, also, dreieinhalb Jahre, äh, zweieinhalb Jahre Gloomhaven gespielt über, über TTS, ne, und ich kenn die Bedienung eigentlich in- und auswendig, äh, an der Stelle schönen Grüße an meine alte Gloomhaven-Truppe. Hast du während Corona quasi über TTS gezockt? Ja, genau. Ah, okay, cool. Und, ähm, das war halt jede Woche und deswegen ist bei mir no excuse und bei mir sind halt einfach echt so peinliche Spielfehler oder so peinliche Sachen, die ich dann verpeile und, ähm, weil wir ja eigentlich, wir beide sind ja ziemliche Perfektionisten, ähm, und dann sind so, das können wir nicht releasen. Mach mal nochmal, mach mal nochmal. Ja, ich hab mein Deck gezogen und du hast einfach irgendwie, wir wissen nicht mal wie, ist eine revealte Karte vom Clash. Ja, genau. Irgendwie ins Deck gewandert. Ja, ja. Ja, aber auch so ein paar, so ein paar Missplays und so, ne, ey, ganz ehrlich, und deswegen ist meine Horrorvorstellung da bei so einem dicken Event on Stream zu spielen. Ja. Also deswegen, ich hab da so Respekt vor. Also das ist wirklich bei mir, äh, Ja, da wird man nervös. Alles gut. Ja, volle Kanne. Ja, volle Kanne. Also ich würde da zitternd, äh, zitternd da spielen. Ja, genau. Ähm, Game 3, also wir haben dann sozusagen, hab ich da schon, konnte man on Stream 3 Spiele sehen wegen dem Backup-Spiel. Äh, Runde 3 wurde Usuri vs. Durinthia gezeigt. Äh, Usuri, die letztlich das Turnier auch gewonnen hat. Ähm, und das war auch ein recht interessantes Spiel. Ähm, ähm, und vor allem, ähm, also über Fatigue hinten raus. Äh, ein Move war einfach supergeil. Ähm, am Ende hat halt Usuri die Surgical reingeswitcht, ähm, und dabei eben noch ne, ne, die Top-Deck, äh, Plus-Maskel benutzt. Ähm, Surgical hat dann halt, äh, gehittet, ähm, und zieht halt ne Karte aus der Hand und banischt die obersten zwei. Das sind dann minus drei Karten. Äh, und dann hat er, äh, damit eigentlich einen Kartenvorteil bekommen, weil nach diesem Move stand es sechs zu vier Karten, dann fünf zu drei Karten, also für Usuri. Äh, und als es dann fünf zu drei Karten stand, hat er halt zweimal Degger, 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 Degger gespielt. Ähm, und Dori dann auf zwei Leben gehabt und, äh, damit dann quasi gewonnen, weil sie, und er hatte dann, also am Ende des Spiels hat er halt, äh, wieder gedeggert und das war's halt, ne, und Karten sind halt weg. Ja, aber Deggern macht nun mal auch Spaß, ne. Ja, und, äh, er kann ja auch, äh, flicken. Kann er flicken? Ich mein, ja, er konnte flicken. Flickknives. Hm. Also da... Äh, ja, Flickknives, ja. So, und da hat man quasi schon, äh, auch, äh, das Deck gesehen und auch ein paar Erneuerungen, weniger, ähm, ja, mehr, mehr Contract-Karten noch mit in dem Deck drin. Also so ein bisschen Contract-lastiger als andere Usuri-Decks. Das hat man bei dem langen Spiel halt gut sehen können. Äh, danach Runde vier, Livia versus Dori. Äh, Livia gewinnt. Äh, Dori mit Hotstreak und Saber auch mal. Ganz interessant, wenn du Dori siehst, weißt du ja einfach momentan nicht, was kommt. Ne, null. Äh, also kann eigentlich alles sein, ne. Schwert, Saber, äh, Saber Hotstreak oder Hedges, genau, Äxte, ist alles dabei. Außer die, die hier, ähm, Great Axe, ne, die Great Axe ist für Olympia im Moment, glaub ich, vorgesehen. Hm. Ähm, ähm, sorry. Die Great Axe, ja, ja, klar, die nicht. Ähm, wobei, Stopp. Ach, warte, echt? Klar siehst du auch, gab's, also jetzt gerade aktuell nicht, aber du siehst auch die fette, äh, Axt bei Dori. Ach, die hab ich noch nie gesehen. Ja, Axt Dori gab's auch, ja, ja. Ja, witzig, okay, cool. Whatever, auf jeden Fall, Dori kannst du immer mit einem möglichen rechnen. Ja, witzig, cool. Ähm, also sonst war zu dem Spiel jetzt nicht besonders viel zu sagen. Ähm, Runde fünf, Kayo versus Dromai. Dromai hat er gewonnen. Mhm. Und ich muss dazu sagen, Kayo hat eigentlich geil angefangen, ähm, weil gerade in Turn Zero hat er immer wieder, äh, Priorität zurückgegeben. Mhm, okay. Und dadurch, ähm, hat, Dromai hat dann wieder, ähm, noch ein bisschen Asche produzieren wollen. Ja. Äh, dann hat er den nächsten, äh, also er hat erstmal Priorität abgegeben, dann hat Dromai halt Asche gemacht, dann hat er schon den ersten Move gemacht. Ähm, dann hat, äh, er wieder Priorität abgegeben und Dromai hat dann gedacht, okay, ich mach jetzt nochmal was. Und dann hat er hinten raus auch nochmal ein bisschen Schaden reingerückt. Dann hat er richtig geschickt und schön gemacht, indem er immer wieder Priorität abgegeben hat. So, und dann hat er tatsächlich am Anfang einen sehr schlechten, äh, also für mich sehr schlechten, äh, Blood Rush Bellow Turn, äh, gehabt. Und zwar einen Doppel-Blood Rush. Und am Ende des Tages hat er dabei nur 18 Damage präsentiert. Also, ist schon ziemlich schwach. Äh, das kann's vielleicht auch aufs Gesamt... Aber, wie viel ist denn, ist denn so im Schnitt, also für unsere HörerInnen, äh, wie viel ist denn im Schnitt so, so, so ein Blood Rush Bellow Turn von einem Kai? Was glaubst du? Ähm, also, der ist natürlich deutlich schwieriger als einer von, äh, Reiner. Weil Reiner, bei einem einfachen Blood Rush fängt der ja schon mit Claw Claw an. Ist schon mal 10. Äh, Claw Claw Attack ist 18. Das ist so ziemlich das Schwächste, was ich so, äh, zünden, wofür ich, äh, bei Reiner überhaupt zünden würde. Ähm, aber die Ceiling ist natürlich viel höher, also locker über, äh, machst du noch einen Sechser dabei, sag ich mal, ne, dann hast du dann, also, einen Achter, dann bist du eher bei 26. Ja. Oh man, ja, da kann man, da kann man schon mit leben, ne? Bei Kaijo ist die Sache, du hast nur eine Claw. Äh, äh, da würde ich auf jeden Fall dann, ich sag mal ganz blöde, zwei Achter-Attacks und eine Claw. Du bist aber auch bei 21 und wir haben, wir reden hier aber von einem Doppel-Blood Rush, ne? Das heißt, wenn ich sage, ich erwarte bei Kaijo zwei Attacks und Claw, äh, dann sind da zweimal, also sind da acht, acht und fünf. Also 21, wenn ich einen Doppel-Blood Rush mache, würden da ja nochmal plus sechs dazukommen, wären dann siebenzwanzig. Ja, man. Also, das ist so eher das, was ich, ja, und das ist eher das, was ich so erwarten würde bei einem Doppel-Blood Rush von Kaijo. Und hier waren's 18. Und 18 würde ich mit einem Einzel-Blood Rush, also ich will ja schon Claw und zwei Sechser schmeißen, so, und die Sechser sind halt Achter. So, und da habe ich ja da schon drei Damage mehr, nur mit einem, wo ich sag, da fange ich an, einen ordentlichen Blood Rush zu spielen bei Kaijo. Also, deswegen bin ich jetzt durcheinander, Sechser, Sechser, ja, die King plus zwei, acht, sechzehn und fünf, ja, 21, sag ich ja, genau. Ja, krass. Und er hatte halt nur einen Attack, der hat etwa zehn gehauen und die Claw, wie komme ich auf 18? Was rede ich da? Ach, wegen... Vielleicht der Fieberwahn. Nee, er hatte, äh, ich meine, er hatte nur einen Mite, so, er hat die Claw, die kommt schon mal für drei, fünf, sieben, so, und dann hat er eine Attack, die kommt für sechs, acht, zehn, genau, und einen Mite-Token, deswegen 18. Ah, bei der Vorrunde. Ja. Ähm, ja, und dann hat er noch Pech gehabt im Late-Game tatsächlich nochmal bei einem, äh, also in diesem Spiel, könnt ihr, kann ich nur empfehlen, äh, euch das anzugucken. Ähm, ähm, da war's dann so, ähm, da war's dann so, im Late-Game hat er nochmal einen Barefang gespielt, bei einem Game-State von, äh, zehn Leben zu, äh, äh, ne, bei fünf zu sieben Leben, also er auf fünf, ne, drummai auf sieben, äh, hat er, äh, äh, ein, ein, ähm, ähm, Und, äh, ja, Discard war ein Tierlimb from Limb, ähm, und hatte zwei Mite-Tokens schon, deshalb kam der Barefang für acht, aber der wäre halt mit dem richtigen Träger für zehn halt gekommen, ne, plus, äh, Mite-Token für nächste Runde. Ist halt schon so ein bisschen Pech bei einem, äh, sieben-Lebenspunkte-Gegner, wenn er halt acht, ist ja schon schön, ne, aber zehn, noch mal Rüstung, vielleicht eine zweite Handkarte, ähm, ne. Äh, der hatte also auch noch Pech gehabt, das heißt, Pech mit dem Doppel-Blood-Rush, also wirklich schwach, der Output da, und, ähm, dann hinten raus, eine der letzten Aktionen, äh, Pech mit dem Barefang, äh, so ist das dann, Und dann hat halt Romai gewonnen. Ja, manchmal hat man kein Glück, und da kommt auch noch Pech dazu, ne. Mhm. Dann haben wir Runde sechs, ein schönes Usugi-versus-Dash-Spiel, und da muss ich auch sagen, Spreading Plague war da schon MVP. Das ist geil. Äh, vier in dem Game, also ein Spreading Plague hat vier Blood-Rod-Pox-Token gemacht. Ja, das kann man doch mal machen, oder? Ja, das war ziemlich, ziemlich geil, plus acht Schaden. Wie macht sowas, wie macht die Spreading Plague, also ich spiel das ja selber, ähm, ich hab das ja selber mal gespielt, ich find das, äh, ganz cool. Wie macht das denn sowas? Wie meinst du? Spreading Plague. Also was die Karte macht. Genau. Ja, äh, für jede Karte, die, also das ist eine Attack-Reaction. Mhm. Also du fragst jetzt für die Hörer quasi. Natürlich. Ja, ich hab's gestanden. Ähm, Spreading Plague ist eine Attack-Reaction, und sagt halt, äh, der Gegner kriegt einen Blood-Rod-Pox-Token, für jede Karte, die in dem Shading gerade blockt, wenn ich es denn richtig weiß. Äh, weil das hab ich jetzt auch nur so aus dem Kopf gesagt. Ich bin ja auch kein Dingens-Spieler. Okay. Also Spreading Plague, äh, ist, kostet eins, Block für drei, ähm, ist gelb, und, äh, sagt, Trade-X Blood-Rod-Pokens und Under-Defending-Control, äh, mein Gott, Defending-Heroes-Control, weil X die Nummer an Defending-Cards im Training ist. Benni, eins plus mit Sternchen. Sauber. Ja, gut, ich hab jetzt Block-Pitch, wusste ich, gelb, Kosten, wusste ich, ehrlich gesagt. Ja, das ist ja egal, aber trotzdem, die Fähigkeit, äh, eins plus mit Sternchen, sehr gut. Ah, danke, super. Ich übe schon mal für das nächste Quiz, oder was? Ja, richtig. Und das Painting ist auch geil, finde ich. Mhm. Ähm, aber ich, in dem Deck des Gewinners ist das Ding nur einmal drin, also ich hab das in meiner Variante, also ich hab ja auch so ein paar Varianten, von ein paar Heroes immer auf, ähm, ja, auf dem, ähm, online gespeichert, und da hab ich da auch immer drei Stück drin. Also ich, drei, okay, also ich hab, ähm, auf jeden Fall in diesem Spiel, meine ich, waren auch mehrere drin, ich find's auf jeden Fall cool, äh, ja, ob eine da jetzt, ähm, gut ist, weiß ich nicht. Ähm, ach ja, zu dem Usuri, äh, Dromai Match, also aktuelle Winrate auf Talisha ist 30, also 31 Prozent, also. Ah, fast. Ja, wie ich's mir auch dachte, also gegen Prism ist auch beschissen, 33, äh, kann die halt nicht, ne? Nee, richtig, also ich, deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ja, eben, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, als jemand, der sich so, schon, ich sag mal so, ein bisschen mit Assassins auskennt, ich hätte nie im Leben gedacht, dass in dieser Meta eine Usuri, eine, ähm, also ein Battle Harten gewinnt. Never ever. Allein, also wegen den beiden Illusionists allein schon nicht. Ja, wobei Prism geht ja schon ziemlich unter, tatsächlich, aber, ähm. Ja, aber trotzdem, also ich mein, gut, gegen Guardians hast du ein ganz gutes Matchup, ne? Oder 50-50, kannst du sagen. Ja, ein bisschen, ich würd sogar sagen, sie ist favoured, also gegen Brau ist sie auf jeden Fall favoured. Ja, gegen Viktor auch, Viktor spielt ja fast keine D-Reacts, muss man sich vorstellen, ne? Ja, also das heißt, wenn du einen guten Usuri-Spieler oder so Usuri-Spielerin facet, dann muss halt eigentlich... Also tatsächlich, äh, sagen die, sagt die Statistik was anderes. Ach, was. Verrückt. Usuri gegen, äh, Bravo 59% und Usuri gegen Viktor, also auf Talischer, ja, äh, 42%. Ach, verrückt. Ja, naja, gut, ich mein, du kannst theoretisch als Viktor überblocken, ne? Als Kompensation dafür, dass du keine... Ja, du hast halt die ganzen Blockkarten noch und so. Blockkarten werden von vielen Karten nicht beeinflusst. Es gibt keine, äh, kein Scalper, oder wie das heißt, kein Dagger gegen Blockkarten auch zum Beispiel, ne? Genau, und kein Contract, der Blockkarten entfernen lässt. Ja, und er prügelt halt einfach auch mega mächtig drauf, ne? Muss man ja so sehen. Ja, ja, auch. Ja, ja, cool. Kommen wir dann mal, äh, zu Runde 7. Da haben wir dann noch, äh, Kasai, auch, äh, einer dann von den Top-8-Spielern, äh, ja, auf dem Streaming-Table, wenn er da dann auch gewinnt, was er getan hat gegen Viktor, ähm, bist du relativ safe dann in den Top-8, ne? Die spielen ja meistens dann, äh, eine, meistens ist es ja Top-Table, oder einer der Top-Table. Äh, und die haben acht Runden halt gespielt. Auf jeden Fall hier, äh, Kasai gegen Viktor, ähm, und Kasai hat gewonnen, man muss dazu sagen, der hat aber auch einen 6-Kupfer-Token Blood-on-Your-Hands-Turn gehabt. Oh, das kann man machen. Und, genau, und hat dann das Spiel gewonnen, obwohl der Game-State zwischenzeitlich Viktor-24-Lebens-10-Kasai stand. Äh, bam. Das war dann schon ziemlich, das hat dann ziemlich geturnt, sag ich mal. Mhm. Ähm, ja, Kasai, super starkes Deck auf jeden Fall momentan, würde ich sagen, ne? Also, ich finde das Deck auch mega cool, muss ich sagen, also, hätte ich die Warrior-Karten, dafür würde ich auch, äh, durchaus in Erwägung ziehen, so mal Kasai zu, so einen kleinen Flirt einzulegen, obwohl Arachne und Viktor ja meine beiden Haupt, ähm, ja, Hauptfavorisierten sind, aber so einen kleinen Flirt mit der lieben Kasai würde ich auch mal wagen wollen, sag ich mal. Geht's dir denn genauso? Ähm, ne, ich mag Warrior nicht so gerne. Mhm, okay. Also, ist auch mit, äh, Kasai ist auch insgesamt so mit, ich sag mal, 54 Prozent, äh, Siegen äh, auf Talisha auch schon eins der besseren, äh, Decks vom Tag. Ja, das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Das passt schon ganz gut so. Ja. Im März jetzt gerade, ne? März-Daten sind das. Das ist so beliebt wegen, wegen des Dune-Kinofilms, ne, da kann man so schön eine Frame-Kriegerin spielen oder so. Oder hab ich tatsächlich auch Bock drauf. Der ist geil, also kann ich nur empfehlen. Äh, der geht mir aber ein bisschen zu kurz, sag ich mal, also obwohl der fast drei Stunden geht, finde ich, dass man den Film, ähm, durchaus noch in zwei Teile hätte teilen können, weil ich hätte mehr von dem Guerillakrieg der Frame gerne gesehen, ich hätte gerne noch mehr in diese Mythologie eingetaucht, äh, die Charaktere, so ein paar Charakterentwicklungen kamen zu, plötzlich. Aber alles in allem, ähm, epische Bilder, ähm, okay. Geil. Also das war jetzt ein kleiner Film. Das ist schon der zweite, äh, zweite Ausflug von uns. Tut mir leid. Ähm, Runde acht, Reiner versus Dromai. Äh, Dromai gewinnt, äh, hier in dem Fall von Mara Ferris, die weiß, wie man das spielt. Absolut, ja. So, und das waren dann die acht, äh, Swiss-Runden. Und da kommen wir dann, äh, zu einem Top-Cut, den hatten wir jetzt, äh, vorhin schon mehrfach gesagt, mit insgesamt drei Dromais, äh, einem Kano, zwei Usuris, einer Kasai und einem Reiner. So, da gehen wir mal kurz die Matches einmal ganz schnell durch. Also es hat sich direkt mal, äh, Kano gegen Dromai, also Platz acht gegen Platz eins. Boah, das war krass. Äh, durchgesetzt, ähm, Kano hat Dromai in Turn zwei, also das konnte man nicht, äh, das war, äh, Offstream. Ähm, das ist, äh, das war parallel laufend. Da hat man nur gehört, dass das, ähm, der Kollege, äh, Joshua, äh, Dromai halt in Turn zwei geröstet hat, was dann aber On-Stream gegen Brody Spurlock, äh, danach nämlich auch noch war, weil Brody Spurlock hat sich gegen Mara Ferris durchgesetzt, ähm, so, dann kommen wir zu... In the Mirror, ne? Genau, Usuri gegen Reiner, da hat Caleb mit Usuri gewonnen und dann Kasai gegen Usuri, da hat Kasai gegen Usuri gewonnen, sondern im Halbfinale ist quasi dann angetreten, Brody Spurlock gegen Joshua, äh, auf Kano, der eben auch, äh, schon eine Dromai gerade geröstet hatte in Turn zwei und hat das genau das gleiche dann nochmal gegen Brody Spurlock gemacht, auch nicht schlecht, äh, dann hat Caleb gegen Haik, äh, mit Usuri, äh, gewonnen und dann war das Finale quasi nach, ja, Kano gegen Usuri, wo Usuri am Ende des Tages gewonnen hat, unter anderem, weil Kano sich, glaube ich, auch um eine Ressource verrechnet hat bei Kombo, äh, aber da muss sich nur eine Sache loswerden, äh, die hat uns auch schon mal der, ein Kumpel gesagt, der auch Proto gespielt hat und so weiter, äh, dass es sehr anstrengend ist, Brody Spurlock beim Spielen zuzuschauen und das war auch wieder so ein Backup-Spiel, das heißt, die haben erst das andere Spiel von, äh, glaube ich, Haik gezeigt, genau als erstes gegen Usuri und das Spiel war dann zu Ende und dann hat man noch Mara Ferris gegen Brody Spurlock gesehen und ich hab's auch kaum ausgehalten, weil der da immer am Mission ist und so weiter und Graveyard Banished tausendmal durchguckt und wir haben's gerade nochmal echt notiert, kein Witz, äh, im Late Game, ich mein, ja klar, es läuft keine Zeit und so, man kann sich mal Zeit nehmen, der hat aber, also Mara Ferris spielt Rake the Embers und er taggt mit dem ersten von drei Ashwings und er hat wirklich sieben Minuten benötigt, um dann, zwei Burn Them All sind auf dem Tisch, sieben Minuten hat er sich Zeit gelassen, bis er dann zwei Arcanschaden notiert hat und dann nochmal 15 Sekunden später nicht geblockt hat diesen Ashwing. Ja, man muss ja alles in Ruhe durchrechnen. Ja, aber tut mir leid, vor allem, wenn man so pro Schnitzel-Dizzel ist, vielleicht sollte man da ein bisschen fixer drauf haben. Andersherum hat, äh, Mara Ferris später einen Ashwing gesnappblockt, äh, also die hat sehr schnell gespielt und war dann aber im Prinzip, äh, dadurch tot, weil sie dann, äh, den Block zu wenig für die nächste Attack von Brody hatte. Ja, langsam müht sich das Eichhörnchen, ne? Ja, vielleicht hat er sie aber auch einfach zum Tilten gebracht. Das kann auch sein. Zermürbung durch, äh, Karten mischen und sieben Minuten lang nicht blocken. Vielleicht hätte ich mir das auch mal angewöhnen, so, so ein bisschen mehr, mehr so durchzugucken. Macht bestimmt Spaß. Ja, naja, also ist jetzt kein, kein Hate, aber das ist mir einfach nochmal aufgefallen beim Gucken und unter dem, äh, der Info, die mir mal so gesteckt wurde von einem Bekannten von uns und ich kann das, äh, bis jetzt, was ich so gesehen habe, nur unterstreichen, dass es mir auch so geht, aus meiner subjektiven Perspektive, genau. Aber ich muss sagen, äh, ich hab auch so, also bei mir, also generell hab ich so ein paar Flash-and-Blood-Ticks auch bemerkt von mir, also ich muss auch immer meine Handkarten irgendwie so, so zumindest ein bisschen shuffeln, ne? Dann, ähm, muss ich auch immer, dass mein Deck genau gerade ist, ja? Ja, da darf nicht eine Karte irgendwie mü nach links oder rechts gucken und dann lege ich das schon so, also da bin ich auch schon teilweise ein Monk oder meine Waffe, meine Waffe muss auch immer in der rechten Hand sein, äh, weil ich ja selber Rechtshänder bin, also ich hab da auch so manche richtig harte Ticks, ne? Muss ich auch ganz ehrlich sagen, hast du dann auch? Äh, mit Sicherheit, aber ich weiß, ich nehme sie nicht so wahr. Aber wir haben eigentlich beide einen ziemlich lustigen, äh, Tick und zwar, dass wir immer, äh, Hardcore-Trash-Talken, wenn wir nebeneinander oder gegeneinander, also nebeneinander sitzen oder gegeneinander spielen. Ja. Ich weiß noch, in, äh, Bielefeld, da hat sich die halbe Ecke um uns herum kaputt gelacht, als wir ein Spiel gegeneinander hatten beim PQ-Event. Ja, aber das ist dann so ein Snowball-Prinzip, ne? Ja, der eine macht einen blöden Spruch, dann der andere, dann versucht der andere wieder, äh, ein bisschen da drauf, einen draufzusetzen und dann, wenn die Lawine erst mal ins Rollen kommt, dann, äh, ist quasi, äh, Wortwitzgewitter angesagt. Mhm. Unser Kumpel Kevin Zenka ist übrigens auf jeden Fall schon mal im Halbfinale. Oh, sehr schön. Mit seiner Hedges, ähm, Hedges-Story gegen eine Dromai. Die Dromai, die gerade gegen Hedges-Story gewonnen hat. Also, das Matchup auf jeden Fall schon kennt. Mhm. Ähm, werden wir mal sehen, ob er sich da durchsetzen kann. Okay, äh, so. Am Ende des Tages hat hier, also jetzt nicht weiter über Brody's World, okay, äh, war jetzt einfach nur so eine Info, mir ist das einfach aufgefallen. Mhm, okay. Ich fand den, den Kano-Spieler ziemlich geil, also den Joshua, äh, die Spiele, die ich von ihm gesehen hab, fand ich auch sehr interessant. Ist natürlich schwierig, da mitzukommen, muss man ganz klar sagen. Aber mal ganz ehrlich, ey, ich hab mir versucht, das anzugucken, ne? Ey, ich, ich, ich verstand's nicht. Hat man als Kano-Spieler irgendwie die Gabe der Präkognition oder so? Oder muss man da Mathe studiert haben? Äh, also besser zählen, als du musst du auf jeden Fall können. Ah, okay, ja. Das haben wir ja vorhin schon bei den Heroes festgestellt. Da ist die Schwelle aber schon sehr hoch. Ja. Beide Male kontrolliert, beide Male ein Fehler. Also, ich meine, du hast vier bei Battle Harn gesagt, es waren fünf verschiedene. Ja, ja, ich bin so. Ich meine, du hast fünf gesagt bei PTI und da haben wir mal sechs gezählt, ne? Ja, ist gut, ey. Und weißt du, was das Lustige dabei ist? Alleine daran, damit hast du quasi schon deine Eingangsfrage eigentlich schon wieder auf Akta gelegt. Weil bei einem kompetitiven Kartenspiel fünf Heroes oder sechs in einem Top-Cut, naja, ist eigentlich schon sehr divers. Ja, ich hatte halt immer gesagt, du hast dich halt jeweils um eins vertan. Erstens das, ja. Also können wir die Folge löschen. Nein, Quatsch. Erstens das, aber zweitens habe ich halt immer gesehen, ja, immer nur so die drei, vier Heroes und dann war es das. Aber das ist halt auf jeden Fall, Spoiler, ist auf jeden Fall gar nicht. Ja, nicht wirklich. Ja. Nicht wirklich. Also, wir können eigentlich auch jetzt hier dieses, also ich muss noch dazu sagen, also mir hat in dem Turnier sehr gut gefallen, also Joshua mit seinem Kano und die Spiele vom Caleb, der letztlich auch gewonnen hat mit seiner Usuri. Da gehen wir jetzt auch nochmal kurz in die Liste. Ja, richtig. Haben die Spiele auch sehr gut gefallen, wie er das gemacht hat und so weiter. Und so ein bisschen special, du hattest die Liste vorhin, glaube ich, auch mal auf, ne? Ja, genau, ich habe die jetzt gerade auf, also ich finde es special, also ich meine, Trap sind mittlerweile, ich weiß nicht, ob die mittlerweile Standard sind, auf jeden Fall hat der zwei Frailty Trap in Rot, zwei Minertia Trap in Rot. Das ist mir aufgefallen, dass das vielleicht nicht immer so ist. Looking for Scrap ist mittlerweile Standard. Nix the Nimble, ja, kann man mal machen als Sideboard, okay. Gegen Guardian ist das, denke ich mal, wegen Reaction Cards. Ansonsten hat er halt auch Oasis, das ist normal, denke ich mal, Sigil, falls man anfängt, Sync Below, ja, auch okay. Aber Spreading Plague nur einmal, okay, gut, mein Standard ist jetzt, ich habe meins dreimal, aber ich bin ja auch nicht der Standard. Also der andere Top 8 hat es zweimal, ich denke zweimal ist auch eine gute... Ein- bis zweimal. Aber er hat zum Beispiel nur einmal, also einmal drei Isolate, also die ganzen Stealth-Sachen, die hat er wirklich nur in Blau, ne? Also zwei blaue Shreds und drei gelbe Shreds, ne, sonst hat er nicht. Genau, was hat er denn dafür drin? Also er hat die Contract-Karten drin, so und wenn man, und wenn man jetzt schaut, es ist einfach, die sind halt, die roten, das Problem von den roten Stealth, daran liegt es vielleicht auch, ich schieße jetzt einfach mal ins Blaue, ja? Ja, mach das. Ähm, so, die sind einfach nur On-Rate. Wann heißt das On-Rate? Die, äh, Stealth-Karten. Ja, das ist eine Karte für drei. Ja, die haben halt noch, äh, ihren, äh, Isolate, hat Dominate, okay. Ah, On-Rate, ja, okay. Genau. Und das Einzige, was du sonst noch hast, ist vielleicht nur das Infact, das gibt, das ist Above-Rate, weil es halt, äh, noch einen Blood-Rod-Pox-Token macht. Ähm. Ja. Aber ansonsten, sie lassen sich halt, also so roh, kommen sie halt auch einfach nur für drei, ne? Ja, okay. Ähm, und was hat er dafür reingenommen? Er hat Anni-Light-The-Armd reingepackt, ist fünf für eins. Ja, ja. Und banished, und er malt noch, und ich, mir geht es hier gerade um Value, äh, Vertigen, also Damage schmeißen, Karten ziehen, äh, zieht halt ein Anni-Light-The-Armd zwei. Mhm. Man macht halt fünf Schaden, oder schippt halt was rein. Und genauso Plunder the Poor. Plunder the Poor, ja, genau. Ja, genau. Hier für null. Also, die sind einfach kosteneffizienter. Finde ich, finde ich ziemlich gut, die Idee. Da kommt mehr Punch bei rum, ja. Mhm. Ja. Also, das heißt, Usuri, die Fähigkeit wird gar nicht so oft benutzt, ne? Richtig. Es sei denn, man hat irgendwie was, was Dickes, schätze ich mal. Ja, aber auch insbesondere, gerade auch so im Late-Game nochmal, da hast du dann die ganzen Blaupitches und die Surgicals, äh, im Pitch. Ja, und Looking for Scrap, ne? Also, wenn du die dann auch nochmal benutzt hast, deine Einser-Attacks, ne? Dann kannst du natürlich schön mit Looking for Scrap nochmal eine Attack machen. Also, Looking for Scrap sagt, ähm, kostet eins, ist eine Vierer-Attack, blockt für zwei. Aber als zusätzliche Kosten darfst du eine Karte banischen, die einen Attack hat. Also, eine Karte aus Damien, die hat Banischen, die einen Attack hat. Wenn du das tust, kriegst du das Ding plus eins und go again. Das heißt, für eins kommst du für fünf mit go again. Ja, also, es ist ziemlich stark, wenn das dann halt auch, ja, später... Da muss man überlegen, dass da davon drei spielt. Ja, klar. Ja, aber er hat nur drei, sechs, neun, äh, Eier-Attacks. Ja, ja. Und die, äh, das ist schon, äh, so eine Sache, ne? Also, da muss man... Ja, aber ich mein, da muss man halt gut stecken können, ne? Ja, genau. Also, Pitch, äh, genau, für, für Late-Game. Deswegen, also, das kannst du nur machen, eigentlich, äh, wenn du eben über den ersten Deck-Cycle hinaus willst. Absolut. Weil sonst wirst du dir, die, die Chance ist relativ schlecht, dass du... Ja, aber mit dem Deck wirst du ja auch... Looking for a Scrap wirst du nicht alle drei im ersten Deck-Cycle einfach spielen können. Höchstwahrscheinlich nicht. Auf gar keinen Fall. Also, ich denke, dass das... Weil du brauchst die, für, für, äh, blau halt, äh, die Ressourcen auch. Ja, eben. Also, ich denke, ja. Deswegen bin ich mir eigentlich relativ sicher, dass der auf jeden Fall auf zwei Story-Cycles spielt. Aber siehst du ja allein schon, drei Fates, äh, drei Sinks, drei Sigils. Also, das Long, ja, ja, klar, das Long-Game, er spielt Long-Game komplett. Auf jeden Fall, na, genau. Also, drei Oasis auch noch. Also, was war aber jetzt hier halt eben... Darf ich aber noch mal kurz was, was ich interessant finde? Er hatte jetzt Arcan Lantern als, ähm, AB und Nulrun Gloves. Sonst kein AB, ne? Also, AB 2. AB 2. Äh, was hast du denn? Also, ich finde, er hätte jetzt gedacht, also, automatisch, weil ich ja Angst vor Kano hab, nehme ich immer mindestens AB 3 oder 4 mit, ja. Aber, ähm, finde ich cool, dass er das da so gelöst hat. Also, wahrscheinlich muss man sich dann halt sehr gut mit Kano auskennen und sich dann überlegen, okay, wofür gebe ich dann das AB aus, ähm, oder? Was meinst du? Nö, alles gut. Ähm, AB 2 ist cool, finde ich gut, weil du dafür einen blauen, äh, einen gelben pitchen kannst. Ah, ja, okay, klar. Und, äh, du hast dann keine Ressource verschwendet. Ja, macht Sinn. Weißt du? Und dann hast du im blauen für deinen Turn, äh, Dagger, äh, ja, der Arnd. Ja, gut, das macht Sinn. So was zum Beispiel. Und da wurde auch dieses Mysterium gelöst. Nur, du hast es sagen, also, äh, AB 2 finde ich gar nicht, gar nicht mal schlecht. Ja, cool, ja. Ähm, also, alles in allem kann man sagen, also, durch das Spider-Spite und Nerf-Scalpel, ähm, du hast einmal Flickknifes zum Werfen, du hast aber nicht, ähm, das, ähm, die, die, ja, das, wo du das nach, wo du dein Messer nachladen kannst, draußen, ähm, wie heißt das nochmal? Äh, äh, ja, ist ein Dreier-Pitch, äh, also, ein bisschen Blue-Pitch. Kostet null, ist ne... Ja, ja, Reaction, äh, ich spiel die selber in meinem Aragni. Boah, Gedächtnis, ey. Äh, Concealed Blade. Concealed Blade, ja. Ja. Ja, ist ne Assassin-Ninja-Attack-Reaction. Mhm. Stimmt. Richtig, ja. Concealed Blade, äh, Block 3, kostet null. Und, äh, Target-Assassin-O-Ninja-Attack-Action-Card-Gains-Plus-1. Äh, when this hits, äh, Dagger from your Inventory. Genau. Der neue Dagger Gravencord ist auch gar nicht drin. Muss auch nicht. Also, er hat da überhaupt keine, keine Notwendigkeit. Die Balance of Justice ist drin. Balance. Die Balance of Justice ist drin. Ähm, also, deswegen alles in allem echt innovatives, cooles Deck, muss ich sagen. Gefällt mir sehr. Was sagst du dazu? Ja. Wenn man mal ein bisschen neuer, äh, was ausprobiert, also, was, ich bin jetzt nicht der Usuri-Spezialist, heim vielleicht schon viel ausprobiert. Äh, aber ich, hier ist es erstmal auffällig, eben die, die Stealth-Attacks zu cutten. Ähm, meiner Meinung nach, eben Longplay passt einfach, da passt es einfach besser rein. Ne, eben die 5-Bout-4-Attacks dann da vorne wegzuziehen. Ähm, vielleicht noch ein bisschen mehr D-Reacts, äh, reinpacken als sonst. Wenn du mir überlegst, äh, 3 Fates, 3 Sings, ne, 4 Traps und so weiter und so fort, haben wir ja schon alles gesagt. Ähm, ja, Remembrance hat er auch, klar. Ähm, Oasis gegen Kano, unter anderem. Ja, absolut. Ja, also, jo, ne, find ich gut, gefällt mir die Liste, ähm, könnt ihr euch auch angucken, natürlich auf FabTCG, äh, unter Decklisten, also Events und dann Decklisten. Ähm, okay. Müssen wir nochmal irgendwie angucken, wie er gegen, äh, Dromai gewinnt. Also, das, äh, das ist mir echt, also ich könnte sowas nicht mit Assassin gegen Dromai, das ist, finde ich, super schwierig, das Matchup. Also, ich sagte oft, GG, wir können's verspielen, aber ich glaube, du winst. Mhm. Hm. Naja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter. Ja, ich meine. Ich glaube nicht, Gott. Ich kann nur noch eine Zusammenfassung machen. Also, das Meta, wenn man sich die ATNs anguckt, wenn man sich hier die Top 8 anguckt, ne, ähm, PTI, beim, äh, dann beim PTI, beim, ähm, beim Wettelharden, Philly, dann, ähm, jetzt, ähm, in Kiel haben wir ja auch schon gesagt, das Dory und Dory ist ja auch nicht bei dieser Top 8 dabei, sowohl nicht beim PTI, als auch nicht beim, ähm, beim, ähm, beim Wettelharden drin. Also, allein schon deswegen sieht man, dass man sich in dieser Meta, die hat sich gesetzt und das ist eine wirklich diverse Meta und man muss sich quasi auf alles vorbereiten. Genau, also du musst dich auf jeden Fall auf die, äh, schon häufig genannten Decks, äh, Kasai, Dory, äh, Dromai, äh, Kano, ähm, Viktor. Kayo. Kayo. Also, auf jeden Fall auf die mindestens, äh, vorbereiten, aber eigentlich, also du hast die ganzen Warriors, Sir Bolton, wird gespielt. Jo, auch noch, ja. Ähm, Viktor, schrägstrich, Bravo, du hast Dash, ähm, was eigentlich, also was wirklich untergeht sind, äh, ist so ein Pfeil, sag ich mal, da wird eher Katsu jetzt gepickt, also Pfeil rechnest du nicht mit, ein Teklofossen oder ein Max rechnest du im Moment nicht mit, äh, Vincent rechnest du im Moment nicht mit, äh, äh, Prism ist auch eher Exot, ähm, ja, ne, aber ganz klar Warrior, Brood, Guardian, Wizard, safe. Und Assassin wahrscheinlich, also manchmal. Ja, da ist es halt, ne, die sind, ja, eben, klar. Also, wenn du halt so viele verschiedene Decks hast, ne, und, ähm, ja, und dann auch eben in den Top 8en immer 5, 6 Heroes, ist alles, also ich find's super geil, ist super anstrengend natürlich. Äh, äh, ich find's auch super. Ich bin gespannt auf die Pro Tour, äh, die ist ja jetzt ja Ende des Monats. Richtig. Äh, ich denke aber, es wird in etwa so bleiben, also, dass du diese 5 bis 6 Heroes hast. Ja, weil ich find Mirror halt immer doof, hab ich ja schon mal gesagt, ne, ich stell mir halt vor, dass die Heroes sich prügeln, und da find ich Mirror halt immer doof. Hm. Also, halten wir fest, wir rechnen weiterhin mit einer 5 bis 6 Most Played Decks, beziehungsweise, äh, Top 8 Meta. Ja, also was. Und André hatte Unrecht. Ja, war ja einfach nur so eine Speck, um einfach mal, äh, einen interessanten Anfang, äh, zu produzieren. Ja, um das ins Rollen zu bringen, genau. Ja, ja, ich guck grad nochmal, äh, aktuell Stream läuft noch, Top 8. Top 4, Kevin Zenka spielt gegen Dromai, das werd ich mir jetzt schön gleich in Ruhe noch zu Ende angucken. Steht grad 25 zu 32 Leben, 32 Leben, okay, bei Kevin Zenka. Äh, ja, mal schauen. Vielleicht können wir da auch irgendwie ein Recap zu erstellen, müssen wir mal gucken. Wär natürlich... Ja, genau. Also, just saying, äh, ich konnte nicht, äh, meine Freundin, äh, ist weg, ich muss auf die Kinder aufpassen. Wir haben vorhin auch einen Schnitt eingebaut, da gingen die Babyphones hier gerade los. Ja, richtig, richtig. Ähm, und André ist gerade auch komplett eingebunden mit Horms und solchen Sachen. Ja, genau, ja, ja. Äh, deswegen no chance. Wir hoffen natürlich, dass ihr Spaß habt. Und André, ohne Scheiß, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder gesehen habt, ähm, Rackneure Café war freitags auch das, ähm, Armory. Jo. Der Laden sieht mega geil aus. Ja, finde ich auch. Volle Kanne. Super Laden. Ja, ja. Und die haben sich sehr viel Mühe gegeben, sie hatten technische Probleme heute, ähm, für den Stream, haben auch das hinbekommen. Finde ich mega gut. So muss das aber. Ja, ja. Also, Props an das ganze Team. Und liebe Grüße. Liebe Grüße, danke für den Support, den wir von euch bekommen haben, ne. Und wir hoffen, ihr habt gerade alle noch weiterhin, äh, ein geiles Event. Morgen ist ja auch noch PTI. Und wünschen allen viel Spaß, ne. Ja. Ganz genau. Ähm. Dann. Meta ist besprochen. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß beim Gucken. Ne. Ja, ich werde mir gleich erstmal wieder noch meinen Nasenspray schnappen und noch ein Tierchen trinken. Das war richtig so. Ja, alles klar. Ja, und euch da draußen. Alles Gute, schöne Woche. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.